Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Schnelle Soße Hollandaise. Schnelle Hollandaise ist eine einfache und schnell zubereitete Variante der berühmten Soße Freinacht im Melzer. Für vier Personen werden folgende Zutaten benötigt. 175 Gramm Butter 3 Eigelb 1 Esslöffel frischer Zitronensaft oder Weißweinessig Frisch gemahlener weißer Pfeffer Salz Folgende Utensilien werden benötigt. Topf Hohe Rührschüssel Zauberstab Zubereitung Die Butter in einer Kasserolle auf kleinster Stufe vorsichtig schmelzen lassen. Währenddessen die Eier trennen und die Eigelbe mit dem Zitronensaft bzw. Essig in die Rührschüssel geben. Mit Salz und Pfeffer würzen und anfangen mit dem Stabmixer zu rühren. Langsam nach und nach die heiße, geschmolzene Butter einrühren. Die Soße sollte die Konsistenz einer Mayonnaise haben. Hinweise Für das Gelingen der Soße darf die geschmolzene Butter nicht zu heiß sein. Fingertest Auch nach der Zubereitung darf die Soße nicht über etwa 65 Grad Celsius erhitzt werden, da das Eiweiß sonst ausflockt. Eine geringe 1 Esslöffel Flüssigkeitszugabe, Zitronensaft, Essig, ist unbedingt nötig. Man kann auch etwas Joghurt oder Senf zur Soße geben. Soße zu Spargelgerichten, Fischgerichten oder Gemüsegerichten Diese Varianten gibt es Weitere leckere Soßen aus der Familie der Hollandais Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!